Berge, Seen, Moore, Wälder, Flüsse. Die gesamte deutsche Landschaftskarte auf einem Fleck. Das bietet Murnau am Staffelsee. Für Vassili Kandinsky und Gabriele Münter ein Ort der Inspiration. Das Münterhaus, die Wiege der modernen Malerei. Farbige, denkmalgeschützte Bürgerhäuser säumen die Fußgängerzone. Hier hat ihr Einkaufsbummel Erlebniswert. Italinisches Flair und Gebirgsblick. Etwas erhöht thront das mittelalterliche Schloss. Es beherbergt das Schlossmuseum und in den Gewölben ein feines Lokal. Wer es sportlich will, durchkämmt die Landschaft auf dem Bike, auf Schuster's Rappen, im Segelboot oder auf dem Surfbrett. Im Lido am Staffelsee müssen sie nicht gleich ins Wasser springen. Nebenan nimmt sie das Motorschiff mit auf eine Inselrundfahrt. Ein Tipp, nicht nur für Verliebte. Die Mondscheinfahrt mit Musik. Und weil die Liebe zu ihrem Urlaubsort auch durch den Magen geht, erwartet sie an den schönsten Plätzen und besten Lokalen Städter im Schattiger Biergarten mit Gaumenfreuden aus der Traditionellen, der Internationalen oder auch der Sterneküche. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020